Am 31.12. ist es wieder soweit. Silvester steht vor der Tür. Für Sie als Hotelier oder Gastronom, die besondere Silvesterveranstaltung durchführen wollen, heißt es ganz konkret, dass Sie diese Veranstaltung bei der GEMA anmelden müssen. Das geschieht im Regelfall mindestens drei Tage vorher. Die Höhe der zu entrichtenden Gebühren richtet sich nach der Höhe des Eintrittsgeldes und nach der Quadratmeteranzahl der beschalten Fläche. Für Sie als DEHOGA-Mitglied ist es wichtig zu wissen, dass Sie darauf einen Rabatt von 20% bekommen. Wir haben das alles mal in einem kleinen Merkblatt zusammengefasst. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Veranstaltungen mit Menüzwang zu berechnen sind oder aber welche Musikfolgen Sie einzureichen haben. All das finden Sie auf unserer Internetseite im Mitgliederbereich. Vielen Dank.